Nach dem längsten der Vortragstage, dem zweiten Tag auf der Recom, ist ein lockeres Abendessen im Hotel genau das Richtige. Schauplatz der Abendveranstaltung ist das Hotel Kitzhof. Traditionell wird hier ein Truthahn ganz im Zeichen von Thanksgiving angeschnitten. Es ist eigentlich immer noch ein Abend mittendrin. Man hat noch vieles vom Tag im Kopf. Die tollen Speaker, die vielen inspirierenden Ideen, die querdenken. Man ist trotzdem hier auch unter Freunden. Man genießt es. Man weiß, aber morgen kommt noch was. Also es ist voller Eindrücke und es ist sehr intensiv. Und so richtig, was wir alles mitgekriegt haben, diese Tage, das wird man am Abend vielleicht oder am Wochenende. Thanksgiving wird vor allem in Amerika groß gefeiert. Dieser Trend ist auch in Österreich bereits spürbar. Mittlerweile hat sich diese Tradition auch zu uns durchgeschlagen. Und es ist schon Tradition bei der Recom, dass ein Abend mit diesem Thanksgiving-Fest beendet wird. Und so ist es auch heuer wieder. Und Thanksgiving ist nicht eine amerikanische Erfindung, sondern eine europäische Erfindung. Ich muss zugeben, ich bin Tiroler. Und Erntedank gibt es viel länger als Amerika. Den amerikanischen Brauch, den blende ich ein bisschen aus. Also Danke sagen gerne, aber geht auch ohne Amerika. Egal ob nun Erntedankfest in Österreich oder Thanksgiving in Amerika, wir wollen wissen, wofür die Gäste der Recom dankbar sind. Ich bin dankbar, dass wir hier diese Veranstaltung haben, dass die veranstaltet wird, dass jetzt das siebte Mal sehr erfolgreich läuft und dass ich dabei sein kann. Also grundsätzlich bin ich mal dankbar für den Moment, hier sein zu dürfen, in einer tollen Umgebung, mit tollen Freunden. Also das ist schon mal das Erste. Und da gibt es so vieles, wo wir noch dankbar sein können. Da könnten wir noch zwei Stunden drüber reden. Den Umstand, dass ich die schönste Frau der Welt geheiratet habe, dass ich fünf gesunde Kinder habe und ein großartiges Unternehmen mit vielen, vielen engagierten Mitarbeiterinnen. Auch der letzte Recom-Abend eignet sich gut, um die zahlreichen Vorträge sickern zu lassen. Die vielen interessanten Speaker beschäftigen auch am Abend die Gäste. Heute hat mich auf alle Fälle der Vormittag am meisten beeindruckt. Und zwar aus dem Grund, weil drei wirklich spannende, eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Vorträge waren. Aber jeder hat Punkte gebracht, über die man wirklich nachdenken sollte oder nachdenken muss. Und genau das soll ja eigentlich dem Recom wirken. Genau dieses Tritt einen Schritt zur Seite, erfinde dich neu, überleg was du tust. Das ist eigentlich Sinn und Zwecke. Also besonders hat mir gefallen ganz in der Früh die Profilerin. Die habe ich wirklich unheimlich spannend gefunden. Aber es waren auch alle anderen Vorträge, GapMind und wirklich wieder eine Bewusstseinserweiterung. Und wie man so schön sagt, das ist eine Veranstaltung, wo man ein bisschen wieder über den Tellerrand schauen kann. Und das ist wirklich hundertprozentig gelungen. Mit den Bitcoins und mit den Blockchains, das sind sicher Themen, wo ich mich mal hinsetze, wie es auch vorgeschlagen wurde, und wo ich mich damit intensiver auseinandersetze, weil ich glaube, das sind Dinge, die werden kommen. Der erste Vortrag heute in der Früh, die Profilerin, war Weltklasse. Ich glaube, da sind 200 Eltern gesessen, die das Erste, was sie gemacht haben, sich überlegt, in welche Kategorie ihre Kinder verpassen und ob sie das richtig machen bisher. Und auch diese Veranstaltung endet mit dem einen oder anderen Schnapsal. Und auch diese Veranstaltung endet mit dem Blockchains, die das Erste, was sie gemacht haben.